Wir hören das so nah hier unten. Oh, die Bomben liegen nah. Die Bomben liegen ganz nah. Weil wir ihn nicht getroffen haben, haben wir natürlich jetzt ein bisschen die A-Karte gezogen. Oh, die liegen so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 von U-Boat auf U-48. Wir schreiben den 13. Mai 1940 und wir befinden uns nach wie vor in der Nordsee, mitten auf der Nordsee so gesehen. Ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich die Patrouille, die wir noch hatten im Bereich des Unternehmens Weserübungen, zu Ende fahren möchte. Das habe ich getan. Wir schauen einmal auf die Karte. Da fährt unser Boot dahin. Auf der Karte werden wir auch eine neue geschichtliche Situation erkennen und sehen. Und zwar hat der Westfeldzug begonnen. Ich glaube der Pfeil Gelb war es damals vom Deutschen Reich ausgegeben als Codename dafür. Der Überfall auf die Niederlande, Belgien und Frankreich. Das ist hier auf der Karte entsprechend dargestellt mit diesen Soldaten und den Pfeilen. Wir hatten das beim Polenfeldzug hier drüben bereits. Dänemark war glaube ich zu kurz, als dass wir das hätten sehen können auf der Karte. Und wie gesagt, Norwegen sind wir nach wie vor im Krieg. Und wir befinden uns hier. Das Operationsgebiet lag ja hier in dem Planquadrat AN4. Das haben wir jetzt abgefahren. Und ihr seht das hier oben. Die Feinfahrt ist entsprechend ausgeführt. Wir hatten zwischendurch noch eine Konvoi-Meldung von U12-72. Das war auch in etwa hier unten, aber ich bin diesem Konvoi gar nicht angefahren. Ohne Munition. Die Situation ist nach wie vor dieselbe, dass wir keine Munition an Bord haben. Genau deswegen begeben wir uns jetzt zurück nach Wilhelmshaven. Wenn wir uns einmal die Zusammenfassung anschauen gemeinsam, da kommen wir zurück. Das ist der 15. Mai, zwei Tage später. Mit Fanfare und Musik hier empfangen. Mit militärischen Ehren. Ja, er feiert uns wieder gewaltig. Und das skippen wir wie immer. Auszeichnung. Unser erster W.O. Hoffmann hat hier das Ritterkreuz mit Eichenlaub bekommen. Sehr schön. Und hat bereits mehr als die Hälfte der Punkte. Nicht ganz. Für das Ritterkreuz mit Eichenlaub und gekreuzten Schwertern hier. Und wir haben tatsächlich schon das Ritterkreuz mit den gekreuzten Schwertern und Eichenlaub erhalten. Eine sehr hoch dekorierte Auszeichnung. Damit sollten die Halsschmerzen jetzt langsam Geschichte sein. Und die nächste Auszeichnung ist dann das Ritterkreuz mit den besetzten Diamanteneichenlaub gekreuzten Schwertern. Da fehlen uns noch ein paar diverse Punkte. Man sieht das hier unten. Wir haben jede Menge Versenkung gemacht. Wir haben hier 30 Punkte übrigens die Kreuzer. Hier ist der Kreuzer Sussex. Ihr seht das hier. Das ist der erste Kreuzer. Nicht Frachter, Verzeihung. Und hier ist der zweite, die Dorsetshire. Kleine Randnotiz zur Dorsetshire. Der Kreuzer Dorsetshire ist tatsächlich existent gewesen. Den hat es so in der Geschichte gegeben. Und der hat an der Versenkung des deutschen Schlachtschiffes Bismarck teilgenommen. Das ist zeitlich gesehen, glaube ich, ein Jahr im Mai 1941. Müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Aber es spielt genau ein. Oder die reelle Geschichte, die Versenkung der Bismarck, passiert genau ein Jahr nach. Nach dem Zeitpunkt, wie wir jetzt hier sind. Also wir haben, ich weiß nicht, ob das im Spiel implementiert ist. Ich glaube es nicht. Aber wir haben zumindest ein Kreuz herausgenommen, der die Bismarck mit versenkt hat. In der reellen Geschichte. Gut, zurück zum Spiel. Das nur so als Randinformation mal. Wir haben hier vier von sechs Punkten der Visa-Übung abgeschlossen. Das Ganze weiter. Jetzt kommt die Zusammenfassung. So, ein Frachter. Zwei, drei. Vier. Hier haben wir sogar ein Frachter, der Edelmetalle geladen hatte. Versenkt. Also eine hochkarätige Fracht. Also jetzt vier, fünf, sechs, sieben. Und noch ein. Okay. Wieder Edelmetalle. Wow. Acht. Neun. Zehn. Die Raven war der, den wir nachversenkt haben. Den wir mit der Bordkanone noch geschossen haben. Jetzt habe ich mich verzählt. Dann lassen wir das. Das sind die aus dem letzten Konvoi. Die wir noch mit der Bordkanone hier decapuliert. Die mit der Bemalung an der Seite. Das war der letzte Frachter. So was haben wir. Wir haben Elfur, Benner, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 Frachter versenkt. Plus die Fowette. Die beiden Kreuzer. Hier ist der eine. Die Dorsetshire nochmal. Hier ist die Sussex. Und hier oben die Zerstörer. Genau. So. Und da sind wir zurück. Im Hafen. Oh. Ich habe die Zeitkommunierung mit dem Mausrad angestellt. Das wollte ich nicht. Gut. Das Schiff neu beladen. Das Schiff, das Boot. Verzeihung. Ich verwechsel das jedes Mal. Das Boot neu beladen. Proviant aufnehmen. Munition aufnehmen. Hier die Forschung. Neu einwerfen. Punitionsproduktion ist jetzt in einem Tag fertig. Da werde ich was Neues nehmen. Was genau weiß ich noch gar nicht. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall. Das mache ich jetzt alles offscreen. Und dann werde ich im Rahmen des Unternehmens Weserübungen noch eine Mission auswählen. Dass wir dort vorankommen. Weil. Ihr seht das hier. Wir haben erst eins von drei Zielen ausgeführt. Und uns fehlt hier noch die dritte Stufe. Endet am 10. Juni. Das heißt in guten drei Wochen müssen wir das abgeschlossen haben. Und das werde ich jetzt ein bisschen forcieren. Dass wir dort weiterkommen. Wir haben da noch zwei verschiedene Missionen. Wieder einmal hier das, was wir eben gemacht haben. In der letzten Folge und in der Folge davor. Die Briten hier aufhalten auf der Nordsee. Ich denke die Planckorate werden wieder hier unten und hier oben sein. Oder halt Geleitzug wieder fahren. Das haben wir auch schon gemacht. Ich schaue mal wofür ich mich entscheide. Und sobald wir uns wieder auf See befinden. Und ich die Mission ausgewählt habe. Hole ich euch gern wieder dazu. Ja und da sind wir wieder. Es ist der 26. Mai 1940. Also es ist gute 14 Tage jetzt vergangen. 13, 14 Tage. Und wir sind, wie ihr hier oben erkennen könnt, wieder im Bereich der Escort-Mission unterwegs. Wir haben wieder die gleiche Route für einen Konvoi unserer Marine. Die Kriegsmarine mit, wir haben hier zwei Zerstörer. Typ 1934 wieder. Also das gleiche plus einen Frachter. Ich wollte einmal kurz heranfahren, dass wir das sehen. Und wie gesagt, die Mission ist jetzt wieder die gleiche, wie wir sie vor, ich glaube vor zwei oder drei Folgen schon mal hatten. Gehört halt dazu. Und ich werde das Ganze jetzt hier einmal abspulen. Hoffen, dass wir da zu einem jetzt die hier nicht gerade kollidieren. Kommt wieder das Funk-Telegramm, dass wir zu nah dran sind. Ist klar, wir entfernen uns ja auch schon. Und vielleicht nicht ganz so schnell. Langsame Fahrt. Und genau, wir fahren hier wieder entlang der Konvoi-Route. Ich werde hier ein bisschen weiter westlich mich aufhalten. Und denke, wir werden hier oben anfangen, dann wieder rund zu horchen und zu schauen, was uns dort erwartet. Ob uns feindliche Schiffe entgegenkommen. Wir gehen mit der Fahrt ein bisschen runter. Wir machen jetzt fünf Knoten. Unser Konvoi dürfte genau sieben Knoten machen. Das heißt, die holen jetzt gleich allmählich auf. Und dann wollen wir schauen, ob wir dort wieder mit britischen Kriegsschiffen uns anlegen müssen. Oder ob wir es schaffen, den Konvoi da unbehelligt hereinzuschleusen. So, jetzt ist die Forschung abgeschlossen. Das sind die gepanzerten Kommandotürme. Und wir können jetzt da nachher zwei weitere MGs mit draufstellen. Das machen wir dann, wenn wir zurück sind in Wilhelmshaven. Apropos Forschung. Widrige Disziplin. Genau, die Moral hier sinkt und sinkt. Und dann wird es Zeit, dass die Landgang bekommen. Das ist uns wieder mal verwehrt worden. Die BDU hat gesagt, die Invasion Norwegens hat Vorrang. Landgang gibt es, wenn die Invasion abgeschlossen ist. Ich bin gespannt, wann das der Fall sein wird, damit unsere Männer endlich mal in Urlaub können. So, jetzt müssen wir die Fahrt ein bisschen erhöhen, dass wir ein bisschen vorkommen. Und dann werden wir hier das erste Mal runterhorchen. Wassertiefe 80 Meter, das ist okay. So, soweit es hier nichts zu hören, wir decken auch alles bis zur Küste ab. Kein Feindkontakt. Dann fahren wir hier weiter. Ah, die Moral ist richtig niedrig. Es wird Zeit, dass die Männer an Land kommen. So, das Ganze nochmal. Nichts zu hören, nichts zu sehen. So, Fahrt gehen wir nochmal runter. Das haben wir, wie gesagt, alles schon einmal gemacht. Das ist jetzt leider ein notwendiges Übel. Hoffen wir, dass wir den Konvoi da durchbringen. Das sieht aber bislang gut aus. Mal schauen. Nichts zu sehen, okay. Und beim letzten Mal war hier ungefähr die Mission beendet. Mal sehen, ob wir das diesmal wieder so hinbekommen. Tauchen noch einmal. Ja, aber es sieht gut aus. Ich denke mal, der Konvoi ist heil durchgekommen. Jawohl. Gut. Mal durchfunken. Und dann gehen wir zurück nach Wilhelmshaven. Und ich denke, wir werden dann noch eine Suchmission bekommen. Dass wir wieder britische Schiffe aufhalten müssen. Ich glaube, mit den Geleitfahrten müsste es das jetzt gewesen sein. 30. Mai. Wir brechen das wieder ab. Genau, hier kurze Zusammenfassung. Das machen wir diesmal ganz schnell. Wir haben ganze zwei Punkte gemacht. Wir haben halt keine Schiffe gefunden. Und von sechs. Hier ist auch nichts weltbewegendes alles. Das übliche. Das ist jetzt einmal Schnelldurchlauf. So, fünf Prozent Disziplin. Okay. Gut. Ich hatte schon vorhin zwei Offiziere zum Kartenspielen geschickt. Und wir schauen hier nochmal rein. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Und okay. Hier unten hat sich was getan. Man sieht das. Die Niederlande und Belgien sind besetzt. Da komme ich gleich nochmal ganz kurz zu. So, wir können hier einfache Patrouillen fahren. Die gehören aber nicht zum Unternehmen Weserübungen. Genau, da oben Patrouille fahren. Das grenzt ja an Selbstmord. Wir haben hier tatsächlich nochmal Geleitschutz. Hier haben wir nochmal Flotte aufhalten. Minen legen noch. Genau. Ich würde jetzt tatsächlich noch eine Geleitschutzmission machen, dass wir das Unternehmen Weserübungen hinter uns lassen. Das hier wird vermutlich schneller gehen als die der Jagd auf die britische Flotte. Was ich eben sagen wollte. Ich habe hier in der Forschung den Schnorchel erforscht. Beziehungsweise ich bin dabei, den zu erforschen. Schnorchel ist tatsächlich eine niederländische Erfindung gewesen. Die haben ihre U-Boote mit einem Luftrohr ausgestattet, sodass sie auch unter Wasser die Dieselmaschinen laufen lassen konnten, um das Boot eben mit Frischluft zu versorgen. Die deutsche Marine, die deutsche U-Boot-Marine, hat das tatsächlich übernommen und auch auf einigen Booten eingebaut. Ich glaube, es war gar nicht Standard, sondern es waren Sonderanfertigungen und das können wir hier halt erforschen, seitdem die Niederlande von uns besetzt ist. Hier unten die gepanzerten Kommandotürme sind abgeschlossen. Genau, das könnten wir jetzt schon aufsetzen. Leider haben wir gerade die Mission, glaube ich, schon angenommen. Ja, haben wir bereits. Also müssen wir erstmal den Geleitzug hier wieder hinterherfahren. Ja, da sind wir wieder auf See. Wir haben den Konvoi eingeholt. Der müsste eigentlich rechts von uns sein. Genau, Feuerbordseite. Da hinten besteht diesmal tatsächlich nur aus zwei Schiffen. Wir haben hier einen Zerstörer und einen Frachter. Mal schauen. Bei unserem Glück werden wir diesmal angegriffen, weil wir nur ein weiteres Kriegsschiff haben. Ja, genau. Da meckern die wieder. Das ist alles okay. Das wird sich gleich erledigt haben. Wir fahren hier mit langsamer Fahrt davon. Lassen Helgoland wieder neben uns liegen. Wir fahren hier hoch. Wir fahren ein bisschen runter. Und ja, genau. Es ist ein bisschen schade, dass die Missionen jetzt doch relativ ähnlich sind in diesem Bereich. Deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich das ausgewählt, die den Geleitzug hier beschützen, beziehungsweise die Invasionstruppen hier nochmal begleiten, beschützen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diese Mission machen. Dann ist das Unternehmen Weserübung anhand der Punkte, die wir hier haben, abgeschlossen. Das wollte ich jetzt erreichen. So, und der Konvoi wird angegriffen. Alles klar. Dann fahren wir zurück. Okay, der Konvoi wird angegriffen. Wir haben eine Moral von Null. Ganz großartig. Beste Voraussetzung. Das können wir alles so lassen. 15 Uhr am Nachmittag, 31. Mai. Sind vielleicht ein bisschen weit vorgefahren. Gehen einmal auf Periskruptiefe, um zu horchen, was uns da erwartet. Wenn wir natürlich einer Mitrofon hätten, wäre das auch einfacher. Wechseln auf E-Motor. Okay. Ich vermeinte, ich sehe gar nichts. Wir hören auch gar nichts. Tauchen wir hier wieder auf. Wechseln auf Dieselmotor. Und Woi fährt auch noch ganz normal. Okay. Also ich konnte keine Schiffe entdecken eben. Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt. Ich glaube nicht. Wir machen da nur noch 5 Knoten. Das heißt, wir fahren jetzt genauso schnell wie die. Das ist aber in Ordnung. Wir fahren hier einmal ab. Okay, die gehen alle zu Bett. Das ist okay. Die Moral ist bei Null. Ich muss mal kurz was schauen. Nicht, dass ich das hier wieder vergesse. Doch. Ist ja die Compute. Ist alles noch da. Okay, das können wir gleich aufhören, wenn wir so schon mal hier sind. Wenn uns jetzt die Rationen ausgehen, dann haben wir erst richtig Probleme. Ich zeige das gleich nochmal. Ihr seht hier oben, die Moral ist bei 0%. Und vielfältige Gerichte geben uns plus 12 die Minute. Die Grundlage sind plus 10 Müdigkeit. Also wir haben ein Defizit von 22 von 9. Das müssen wir irgendwie noch ausgleichen mit Karten spielen. Können auch mal Musik anmachen tatsächlich. Nein, können wir nicht, weil ich nicht weiß, wie sich das im Video verhält. Daher muss ich das leider ohne Video machen. Also können wir keine Musik anmachen. Okay, da haben wir was entdeckt. Schornsteinrauch. Kleine Gruppe 2 bis 4. Mal schauen, was wir da haben. Die haben auch direkt Kurs auf unserem Konvoi. Schaut euch das an. Die fahren da direkt hin. Freuzen den. Dann wollen wir die mal abfangen. Ja, gut, das wissen wir jetzt. So, dann lösen wir gleich Alarm aus, sobald die in Sicht kommen. Und wenn dann noch auf Seerottiefe gehen. Die fahren sogar ein bisschen weiter südlich. Werden bestimmt zwei oder drei Kriegsschiffe sein. Das ist mit der Fahrt hoch, sonst kommen wir da nicht hinterher. So, dann wollen wir mal rausschauen, was wir da haben. Ob wir da schon irgendwas entdecken können. Sind drei Schiffe, okay. Ein Mast. Das auch. Da drüben auch. Also es sind drei Zerstörer, vermute ich. Ein bisschen näher ranfahren, dass die hier in Sicht kommen, die Jungs. Gibt es gleich Alarm. Genau, da ist der Zerstörer. So, das heißt für uns aber eindeutig, gehen jetzt auf Seerottiefe. Alle Mann unter Deck. Zack, zack, bevor die uns entdecken. Ansonsten sehe ich keine Rauchfahnen. Nichts dergleichen in der Umgebung hier. So, wir funken das noch schnell, bevor wir abtauchen. Und ja, die haben eindeutig Kurs. Okay, es könnten zwei Korvetten und ein Zerstörer sein. Müssen aber aufpassen, dass die uns da jetzt nicht zuvor kommen. Ich weiß nicht, wir müssen mit der Fahrt hochgehen. Wir haben das hier aus. Genau, wir gehen auf blaues Licht. Sinkt die jetzt natürlich. Achso, wir haben Alarm, deswegen werden keine Karten mehr gespielt, logischerweise. So, sieben Knoten. Waren die an? Ne, es gibt jetzt wieder Alarm. Ihr habt die gleich wieder in Sicht. Da sind sie. So, und da würde ich sagen, rechnen wir hier auf den Dicken in der Mitte. Hoffmann hat gerade nichts zu tun. Der geht hier an den Wasserperiskop, Überwachungsperiskop. Da sind sie natürlich außer Sicht gekommen. Das ist der. Den wollen wir haben. Lass mit der Fahrt hochgehen, sonst wird das hier nichts. Wir machen jetzt neun Knoten, die sind trotzdem schneller als wir. Die fahren vor uns weg. Da ist unser Konvoi, da vorne. Wie viele Kilometer sind das noch? Die fahren nur noch elf, okay. Das wird interessant. Die fahren leider schneller als wir. So, wir haben Kurse von 100% gleich erreicht. Gehe jetzt das Risiko ein und tauche auf, dass die uns... Ne, können wir nicht machen. Auf der anderen Seite können wir dem Konvoi vielleicht so das Leben retten. Wir schauen mal raus. Na, man sieht jetzt die Rauchfahnen von unserem Konvoi schon. Also die sind schon in Reichweite. Könnte sein, dass die auch gleich das Feuer eröffnen. Das wollen wir jetzt verhindern. Aber die sind noch sechs Kilometer. Wir haben zehn. Wir tauchen auf, wir tauchen auf, wir sind aufgetaucht. Wir machen folgendes. Wir grenzen einmal und machen einmal den Dieselkompressor an. Dann werden wir die mal ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Den mit der 8.8er mal eine rüberschicken. Die Entfernung wird da schwierig. Oh, Matrose ist schon da. Der nächste ist da. Und jetzt ist unser erster W.O. auch da. Die Entfernung werde ich vermutlich nicht treffen. Zumindest lenken wir die Jungs von dem Konvoi ab. Ah, wir nennen uns unter Feuer. Oh, oh. Wir nennen uns aber richtig unter Feuer. Genau. Ihr seht das hier, die Feuern auf uns sofort auf Zero Tiefe gehen. Die drehen aber auch schon ab. Ja, die kommen jetzt auf uns zu. Genau das wollten wir. Feuern noch, aber wir sind nicht die Besten Schützen. So, für meinen persönlichen Geschmack könnten wir ein bisschen schneller abtauchen. Was haben wir hier? Plakia. Genau, das ist eine Funkmeldung von einem der feindlichen Kriegsschiffe. Plakia, V-Klasse. Wir hoffen, dass die uns hier nicht treffen. Jetzt sind wir unter Wasser. Der Dieselkompressor läuft noch. Den müssen wir jetzt natürlich ausstellen. Sonst sinkt hier die... Genau, da sieht man das Dieselkompressor. Minus 200 die Minute. Den brauchen wir jetzt nicht mehr anhaben. Dafür giften wir uns selber unter Wasser. Und da wollen wir schauen, dass wir den Zerstörer da rausnehmen. Wir berechnen es schon mal hier. Das ist auch ein Zerstörer und den haben wir dann nicht identifiziert. Okay. Die kommen jetzt natürlich auf uns zu. Ich bin gespannt, ob die direkt auf uns zukommen. Feuern weiter auf uns. Okay. Wir machen folgendes. Da kommt der Zerstörer auf uns zu. Unsere Tapetes laufen einfach geradeaus. Da kommt jetzt die Frontale auf uns zu. Wir haben das mit der Corvette schon mal geschafft vor einigen Folgen. Ich möchte das gerne hier wieder versuchen. Haben wir gute Zünder? Ja. Die 1 und... Mit dem guten Zünder. Bauklasse. 3,6 Meter Tiefgang. Wir gehen auf 2 Meter. Ganz schnell. Und jetzt haben wir hier wieder diesen Fächer. Die Streuung, die wir einstellen können. Die machen wir mal auf... Die lassen wir auf diese 40, 45 Meter waren es glaube ich. Und jetzt sind Rohr 2 und Rohr 3 fertig. Rohr 2 und Rohr 3 hier. Los. Los. Komm schnell auf uns zu. Wir weichen. Dort hin aus. Wir bleiben noch auf Periskoptiefe. Ah. Ihr seht, dass wir uns hier... Ganz, ganz gehörig... ...hunter Feuer haben. Wir hoffen, dass das passt. Der Zerstörer... ...dreht jetzt auch noch ein. Dreht nach Steuerbord weg. Könnte für uns heißen, wir könnten ihn treffen. Ich schaue jetzt nicht auf die Karte. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Der nimmt uns hier stark unter Feuer. Da kommt es schon bedrohlich nahe. 10 Sekunden bis Einschlag. So, hoffen wir, dass es detoniert. Nein, wir haben Fehlschüsse. Das heißt tauchen. Sofort tauchen. Wir gehen hier auf 100 Meter. 100 Meter. Genau, sind beide vorbeigegangen. Sofort abdrehen hier. Wir werden da lang wegfahren. Jetzt hat er uns angepeilt. 100 Meter. Ah, gefährlich. Er hat uns natürlich jetzt genau gesehen. So, ihr müsst hier mal alle eure Positionen einnehmen, bitte. Wasserbomben. Okay, er wirft jetzt schon Wasserbomben. Wir müssen sofort tiefer. Sofort, so schnell wie möglich. 50 Meter. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaläum. Ah, wir hören das so nah hier unten. Oh, die Bomben liegen nah. Die Bomben liegen ganz nah. Weil wir ihn nicht getroffen haben, haben wir natürlich jetzt ein bisschen die A-Karte gezogen. Oh, die liegen so nah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jawohl. Am Treffer kassiert. Tief sind wir? Noch nicht tief genug. Wasserbomben. Noch nicht tief genug. Kapitän. Hoffmann einmal raus. So, die Reparatur da hinten müsste jetzt automatisch erfolgen. Jawohl, die sind schon dabei. Man sieht das hier. Okay, das haben wir nicht gesehen. Wir schmeißen jetzt hier Täuschkörper aus. Hier ist helle Aufruhr im Boot. Wie auf Grund. Oh, tatsächlich. Oh, tatsächlich. Wir liegen auf Grund. Das ist nicht gut. Ich habe die Wassertiefe nicht gecheckt vorher. 70 Meter Wassertiefe. Okay, den Schaden haben wir behoben. Der Täuschkörper sollte uns jetzt hoffentlich retten. Das passiert, wenn man die Wassertiefen nicht checkt. Man liegt auf Grund und kommt hier nicht weg. Das ist selten, selten dämlich gewesen gerade. Okay, wir gehen hier auf 30 Meter Tiefe. Das müsste passen, genau. Schauen wir hier noch einmal. Ja, vier Meter unter Kiel. Das ist gar nichts. Man sieht das hier. Wir heben uns jetzt ein bisschen. Wir haben hier kaum Wassertiefe, um hier wegzukommen. Der Zerstörer da vorne attackiert jetzt unseren Konvoi. Wir lassen das Ganze mal weiterlaufen. Wir haben natürlich eine ganz schlechte Moral. Okay, und der Konvoi ist versenkt worden. Unser Konvoi ist soeben versenkt worden. Das heißt, wir können uns hier verziehen. Da ist der unser Zerstörer noch. Er ist gerade versenkt worden. Okay. Wir haben beide Schiffe des Konvois verloren. Mission nicht erfüllt. Gehren sie zum Hafen zurück. Okay. Okay, wir haben eine Mission nicht geschafft hier. Das erste Mal haben wir es auch noch fast mit unserem Leben bezahlt. Wir werden jetzt hier einfach nach Süden ablaufen. Was kommt da noch? 16 Knoten. Auch noch ein Kriegsschiff. Okay, wir haben hier Panik. Belastung und Stress 83%. Die Meldung kam hier oben gerade. Man hatte das gesehen. Dank Verleuchert. Hier gab es keine Panik an Bord. Weil wir haben halt... Ja. Sind nah dran. Ja, was ist er denn hier noch? Wir wollen das gar nicht wissen. Der fährt 16 Knoten. Das kann nur ein Kriegsschiff sein. Wir können jetzt hier... noch ein Stück unter Wasser weiterfahren. Ja, genau. Entfernung ist dort vom Ort. Gehen aber auf Periskoptiefe. Da sieht man, okay, wir haben jetzt 14.23 Uhr, 14.30 Uhr am Nachmittag. Wir tauchen jetzt auf. Punkoffizier fehlt. Genau, das können wir hier machen. Punkten wir es einmal durch, dass unser Zerstörer versenkt worden ist. Ja, okay. So ereignislos die erste Fahrt war. So ereignisreicher ist die zweite Fahrt. Gut. Mission ist gern sie zum Hafen zurück. Das machen wir dann jetzt. Genau, ob ich da wieder angekommen bin. Glaube, hier passiert nicht mehr viel. Ne, genau. Sobald wir am Hafen angekommen sind, hole ich euch gern wieder dazu. Ja, da sind wir zurück in Wilhelmshaven. Ich musste tatsächlich manuell in den Hafen einfahren. Die, genau, die Option Feinfahrt ausgeführt gab es gar nicht. Musste das Schiff hier, genau, wo sind wir? Uch, was machen wir hier denn ganz? Ja, ich musste das Schiff hier wirklich ganz manuell durch die, Wilhelmshaven mal auf der Übersicht, hier durch die Schleuse fahren und hier bis in das Hafenbecken rein. Dann springt er hier an die Kai. Und genau, nun sind wir hier. Ich habe eben die Info erhalten noch mal, dass die Mission gescheitert war. Das war leider nur kurz im Sichtfenster drin, war sofort wieder verschwunden. Wir haben jetzt den 2. Juni 1940. Und wenn wir hier bei unserem Lars Schmied sind, haben wir nach wie vor noch die eine Operation hier oben in AN1, die britischen Schiffe aufhalten. Die Leitzugmission haben wir hier nicht mehr. Das bedeutet, wir werden diese Mission noch machen müssen, um das Unternehmen Weserübung abzuschließen. Das Ganze endet in 8 Tagen. Also wir werden das jetzt annehmen und werden dann uns entsprechend wieder nach AN1 begeben. Was bin ich denn schon wieder hier unten? Was soll denn das? Ja, genau. 10.000 Brutto-Registertonnen. Das heißt, die nächste Folge wird dann noch mal ein Unternehmen Weserübung sein, wo wir die britische Flotte in AN1 aufhalten. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass die Mission jetzt heute gescheitert ist. Dass die britischen Zerstörer da und sein Frachter so schnell rausgenommen haben, bevor wir was machen konnten. Dass ich das Boot auf Grund gesetzt habe. Es war nicht die beste Fahrt, aber wir haben es erlebend rausgeschafft. Und ja, wäre schade, wenn hier Anfang oder Mitte 1940 der U48 der Krieg beendet gewesen wäre. Gut, also in der nächsten Folge Unternehmen Weserübung. Hier oben Blankwadat AN1 von Wolljagd erneut. Und dann werden wir die Inversion Norwegens entsprechend als Mission hier bei uns abschließen. Und dann werden wir schauen, wo es uns hin verschlägt. Hier Niederlande, Belgien sind besetzt. Und die Bodentruppen rücken nach Frankreich vor. Genau, wenn euch diese etwas andere Folge mit, ja, diese andere Folge mit wenigen Erfolgen hört sich irgendwie doof an, aber bin nicht ganz zufrieden, was wir geschafft haben. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich euch über Likes und Kommentare sehr freuen. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, das würde dem Kanal helfen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge im Blankwadat AN1 wieder, wenn es wieder heißt, auf Feinfahrt mit U48. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. 何 Bis zum nächsten Mal.